Geile Brandbekämpfung. Okay. Und die haben geschlafen. Okay, scheiße. Was? Brand. Läuft hier ein Feuerteufel rum? Noch ein Trümmer? Oh. Okay. Das ist uns schwer, Feldmanager zu finden. Ja, warte mal. Oh. Ein paar Commercials. Jo. Oh, Tanke passt. Ist das eine Tanke gewesen? Nö. Oh, ich mag. Oh, da ist eine Tanke. Da ist eine Tanke. Oh, Smolians. Oh. Hauen gerade. Ist das ein Commercial? Oh. Oh. Wir müssen, glaube ich, ähm, Dings. Wir müssen, glaube ich, mehr Bücher irgendwo hinstellen. So. Überall Bücher hin. Wir ins Wohngebiet einfach. Bam. Bam. Ihr kriegt Bücher. Ihr kriegt Bücher. Bam. So, jetzt müsste eigentlich der Bedarf runtergehen. Feuerwehr, der ist schon wieder. Ach du Scheiße, da ist keine Feuerwehr. Geschlossen. Ach du Scheiße. Mann, 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 Mann. Äh. Geschlossen. Schnell. Ah, ja, ja. Okay, gut. Ähm. Jetzt kriegen wir... Äh. Ja. Äh, ja. So. Schnell. Oh. Oh. Alter, wo fahrt ihr hin? Da brennt's. Ach so, okay. Hat schon wieder aufgehört. Mein Vater hat mich wirklich... Hat mich nicht wirklich geliebt. Ich glaube, ich starte eine Verbrecherkarriere. Was? Nein, Verbrecherkarriere ist nicht gut. Oh. Also. Ja, das machen wir gerne, ja. Also, der will einfach eine Party schmeißen und... Ruhlkarte. Oh ja, sehr schön. Ich glaube, da lohnt sich's doch wirklich. Mal einen Müllwagen zu bauen. Ja, okay, komm. So. Zu wenig Simoleons. Okay. Die rücken, glaube ich, auch sofort aus. Ja. Und schauen wir mal nachher Müllkarte. Oh. Ja. 20 Mülleimer. Geil. Ein Mülleimer. Okay. Ähm. Ja, ich glaube, das schaffen sie sogar. Wie viel haben sie denn schon? Ach, das sieht man gar nicht. Okay. Feuerwache. Das ist gut. Schon wieder die Klassenzimmer so voll. Oh. Und alle wollen was von mir. Ja, mache ich. Was will der nochmal? Fügen sie ja Grundschul an. Lass uns mal so. Ja. Ja. So. Gib mir Geld. Gib mir Geld. Geld. Dann speichere ich gleich auch mal zwischen. So. 16 Simoleons. Alter. Spiel speichern. So. Was gibt ihr mir eigentlich? Gar nichts. Ach. Das gibt mir gar nichts. Ja. Aha. Äh. Äh. Da ist ein Mülleimer. Ein Mülleimer. Okay. Haben wir es geschafft? Nein. Morgen wieder. Okay. Morgen. Hm. Äh. Äh. Ja. Mach ich einfach. Komm. Der nervt doch eh. So. Druck abbrechen. So. Jetzt nervt er mich hoffentlich nicht mehr. Äh. Verbrechen die Karte. Ich glaube ich mal Karte. Äh. Landdiebstahl. Äh. Verbrecher. Polizei gibt es hier gar nicht. Ähm. Deswegen würde ich sagen. Wir bauen dann auch mal irgendwann eine Polizei. Also noch artet es hier nicht aus. Warte. Ich kann hier mal gucken. Ob da irgendwo vielleicht Schule fehlt. Aber eigentlich fehlt hier keine Schule. Da hinten halt. So. Äh. Aber sonst. Ja. Eigentlich sonst. So. Kapazität 500. Okay. Sehr schön. So. Weil Polizei nützt eigentlich uns noch nichts. Weil so zwei Verbrecher. Deswegen. Die Kriminele hat halt. Das ging schrecklich. Oh scheiße. Dann zieh doch weg. Ah ne. Dann hätte ich Trümmer wieder. Ja. Ist auch geil. Mh. Was mache ich denn da? Die sind halt nicht so Ladendiebstahl im vollen Gange. Uns breite die Kriminele. Kriminalität. Okay. Ich glaube es ist doch. Ein Ladendiebstahl schwärmt aus. Aber noch einen Kredit aufnehmen ist halt scheiße. So. Jetzt haben wir den ersten Kredit mal abgezahlt. Äh. Jetzt nehmen wir den gleich nochmal einen auf. Ja. Diesmal aber ein 25.000er. Also ein 50.000er. Dass wir uns endlich mal eine Polizeistütze umlaufen leisten können. So. Haben wir mal für meine Polizeiwahrer hingestellt. Äh. Und die Upgrade hier. Ja. Die sind eigentlich alle ganz glücklich. Und ich bin es auch. Okay. Jetzt können wir mal gucken nach der Schule. Nicht ausreichend. Ja. Okay. Gleich. Döööö. Okay. Gleich müssten jetzt die ersten Kinder kommen. So. Gucken wir mal gerade. Null Sims. Okay. Unterricht für zwei Sims. Okay. Gut. Naja. Sehr schön. Das hat mir jetzt ein bisschen Geld angebracht. Stimmt's? Sehr schön. Dann kannst du gleich mal den Kredit abbezahlen. Oh. Annehmen. So. Habe ich den erstmal abbezahlt. Und. Okay. Grundschuhe. Das ist ja süß gemacht. Das mit dem Schild hier. Da ist die Flagge mit dem Apfel. Das ist auch cool. Okay. Für einen. Sech. Für. 50 Sims. Wir schauen einfach mal gleich. Wann müssen wir nachgucken? Äh. 15. 14 Uhr. Okay. Gut. Gucken wir mal gleich. Ähm. So. Gucken wir mal nach. Oh. Lebt. Es lebt sich. Wieso? Alter. Ja. Müllabfuhr lädt aber gerade. Ich glaube die Müllabfuhr hat ein Problem. Äh. Ich glaube die brauchen neue. Zu wenig Simulons. Okay. Kosten das. 500.000. Okay. Ähm. Ne. 50.000. Ne. 5.000 halt. Oh. Aber hier. Hier ist es ja schon die. Dings. Da ist ja schon. Die Müllabfuhr. Oh. Alter. Sechs Müller immer. Sehr schön. Eigentlich ist jetzt alles hier. Wir könnten natürlich auch Dings verbrennen. Den Müll. Aber ob ich das will ist halt die Frage. Wurft Verschmutzung hoch. Deswegen lasse ich das mal glaube ich. Mangel an Arbeit dann. Oh. Oh oh. Ist nicht geil. Müssen die ganzen Industrien schließen. Okay. Dann. Glaube ich mal. Da. 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 So. Hey. Okay. So. Gut. Oh Mann. Jetzt habe ich schräg gebaut. Das wollte ich doch gar nicht. Ähm. So. Okay. Äh. So. So. Okay. Weise ich mal ein paar Wohngebiete aus. Ähm. Kann ich hier bauen? Aber hier runter geht nicht. Okay. Das ist ja geil. Ach. Ach. Aber rüber kann ich bauen. Das ist gut. Kann ich das nämlich hier verbinden, oder? Immer noch nicht. Okay. Aber jetzt. So. Dann ist einfach mal so ein kleiner Hügel. Da. Da. Da kommen schon die Einzugswagen. So. Und da hinten. Das wird auch mal noch ein Eck. Da hoch. Die Straße. Der Baum. Aber das ist ja egal. Hier kommt nämlich ein neues Viertel. Die brauchen ja alle noch Bildung, ne? Deswegen lasse ich das mal nicht so schnell laufen. Sonst wären die gleich wieder Verbrecher. Glaube ich zumindest. Also jetzt ist ja... Oh. Wir können ja mal grad gucken. Nach der Graunschule. Oh. Gestern unterrichtet. 488 Sims. Okay. Das ist gut. Äh. Jetzt gucken wir mal grad nach Bildung. Da ist nämlich nicht abgedeckt. Ja. So. Hier unten noch. Sehr schön. So. Und es wird dunkel. Alles im Schlafen jetzt. Oh. Ich find's noch cool, wenn's irgendwie so... Die Lampeneffekte. Also Lichtlaterneffekte. Aber die Laternen leuchten ja, glaub ich, nicht. Ach nee. Das sind gar keine Laternen. Das sind, äh, Telegrafenmasten. Oder Telefonmasten. Das ist ja cool. So. Äh. Ist das Schiene? Ja, das sind Schienen. Okay. Dann bauen wir einfach neben den Schienen. Äh. So. So. Hä? Okay, ähm. Gut. Ding dong. Schula. Ist da abgedeckt? Ich mach so. Vielen Dank.